Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ja, drei Monate ist es her, wo ich das letzte Mal ein Video auf YouTube hochgeladen habe und in diesen drei Monaten ist sehr viel passiert. Sehr viel Gutes wie auch Negatives, aber ich möchte hier nur das Positive erzählen und deswegen geht es jetzt los mit dem Video. Ja, am Titel steht, es ist ein Kanal Update. Sprich, ich möchte euch erklären, was in den letzten drei Monaten eben passiert ist und was es jetzt in Zukunft wieder auf YouTube alles zum sehen geben wird und wo ihr euch mitnehmen werdet. Ja, es hat angefangen vor drei Monaten, habe ich während die Videos produziert habe und während ich noch einen 30 Stunden Job nebenbei habe, habe ich Videos für euch produziert und das ist sich dann mit der Zeit nicht mehr ausgegangen, weil ich habe die Survival-Coach-Ausbildung beim Rainer Rossmann gemacht und wenn man diese Ausbildung wirklich gewissenhaft absolvieren möchte und jede Aufgabe, was man bekommt, auch wirklich absolvieren möchte, dann geht sich das nicht mehr aus mit 30 Stunden Job, Survival-Coach-Ausbildung und YouTube noch. Das geht sich nicht mehr aus. Also von mir, also meiner Meinung nach ist sich das nicht mehr ausgegangen und deswegen habe ich einen dreimonatigen Stop eingelegt. Noch dazu kommt, dass ich in diesen drei Monaten hier ein Kursgelände aufgebaut habe, ich habe mich selbstständig gemacht und ich kann euch mit vollem Stolz jetzt sagen, dass ich ab jetzt offiziell Survival-Kurse für euch mache und ihr könnt auch Kurse bei mir buchen, wir können hier in unser schönes Gelände hergehen, was übrigens im alpinen Gelände Tirols ist und wo man wirklich dann Survival so richtig ausleben können. Ja, was wird in nächster Zeit kommen auf meinem Kanal? Es wird in nächster Zeit wieder Messertest-Videos sehen, es wird auch Taschenlampen-Reviews sehen, weil wir haben einige Firmen Taschenlampen geschickt, wo ich aber keine Zeit gehabt habe, da ein Review zu machen, auch Messer natürlich, die werde ich versuchen in nächster Zeit auch wieder zu testen und euch zu präsentieren und zeigen. Dann wird es aber auch eine Vorstellung des Kursgeländes geben, eine spezielle oder halt eigene Vorstellung meiner Firma, denn die Firma heißt Berg Survival Tirol, aber mehr möchte ich noch nicht verraten, was es bei mir dann als Spezielles gibt. Es wird jetzt sehr viel kommen, Thema Firma, Thema Messertests, Thema Taschenlampen-Videos, es würden aber auch Oberneiter kommen, weil jetzt kommt wieder die schöne Herbstzeit, wo man wirklich rausgehen kann und sich nicht abschwitzt wie so ein Esel. Gut, das war's mit dem Kanal-Update. Lasst gerne wieder ein Like, ein Kommentar und ein Abo da, wo ihr es als nächstes sehen wollt und euch sagen, macht es gut, bis zum nächsten Mal, ein, zwei, 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 tschau, tschau.